Hey Leute, schön, dass ihr mich besucht. Ich bin's, Bani. Ich gestalte coole Tutorials für unsere Bundesliga-Vereine. Werder, 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 Werder. Überall Werder. Cool, fahnenfroh und man sollte auch zeigen, dass man hinter seinem Verein steht. Fäschig, bisschen verrückt, aber ich finde, das darf es auch sein, wenn man zum Fußballspiel geht. Ja, ich bin natürlich wieder dabei, Tutorials zu zaubern. Welcome to Hoffenheim. Ja, ich zaubere jetzt heute ein richtig, richtig cooles Tutorial von FC Schalke 04. Hallo, liebe Welt da draußen. Heute widme ich mich dem Verein FC Ingolstadt 04. Und genau so würde ich zum Spiel gehen. Heute habe ich mir Hannover 96V geknöppt. Dabei konnte ich auch richtig, richtig kreativ sein. Mir sind tolle Sachen eingefallen. Ich mache hier heute ein schönes Outfit. Und zwar FC Augsburg ist an der Reihe. Ich war dabei wieder super kreativ, habe ein cooles Make-up. Ich bin total im 1. FSV Mainz 05-Fieber, wie ihr seht. Also es ist irgendwie überall. Heute ist der Hamburger SV an der Reihe. Dazu habe ich mir etwas Cooles einfallen lassen, was man hier auf meinen Augen auch schon sehen kann. Hallo, liebe VfB-Stuttgart-Fans. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Bayern Leverkusen war das. Das Tutorial. Heute ist FC Köln an der Reihe. Ich habe ein cooles Tutorial gemacht, gezaubert, zusammengebastelt, geschnitten und, und, und. VfL Wolfsburg. Heute ist dieser Verein an der Reihe. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut es euch doch einfach genau jetzt an. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.